So, wir schauen uns heute ganz kurz das Verfahrensrecht im UWG an und eigentlich gibt es nur so zwei, drei Sachen, die ich hier ansprechen möchte. Wenn die Fallfrage bei euch in der Klausur lautet, kann der Abmahnde vom abgemahnten Ersatz der erforderlichen Aufwendung verlangen? Bei euch steht dann, kann der X vom Y Ersatz der erforderlichen Aufwendung verlangen? Und hier müsst ihr den Paragraf 13 Absatz 3 prüfen. Soweit die Abmahnung berechtigt ist und den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht, kann der Abmahnde vom abgemahnten Ersatz der erforderlichen Aufwendung verlangen. Und ja, hier seht ihr das. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wann ist denn eine Abmahnung berechtigt? Und das müsst ihr wissen, eine Abmahnung ist berechtigt, wenn der Unterlassungsanspruch, also das, was wir in den vorherigen, keine Ahnung, zehn Videos oder so, immer besprochen haben, Paragraf 8 Absatz 1 UWG in Verbindung mit 3 1 in Verbindung mit 5 1 UWG beispielsweise, Das müsst ihr dann prüfen und wenn dieser Unterlassungsanspruch tatsächlich besteht, dann ist die Abmahnung berechtigt und dann kann der Abmahnde vom abgemahnten Ersatz der erforderlichen Aufwendung verlangen, was insbesondere natürlich die Anwaltskosten sind. Okay, dann komme ich noch ganz kurz zu der strafbewehrten Unterlassungserklärung. In Paragraf 13 UWG steht, die zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten sollen den Schuldner vor der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewährten Unterlassungserklärung beizulegen. Und hier seht ihr die Ratio des Gesetzes, man soll nicht sofort vor Gericht gehen, sondern man soll die erst abmahnen und wenn die dann nämlich eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben, dann haben wir nämlich den Fall, dass wir bei unserem Schema, bei den sonstigen Voraussetzungen rausfliegen, weil wenn eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben wurde, dann besteht die Wiederholungsgefahr nicht mehr und dann haben wir natürlich keinen Unterlassungsanspruch, weil, ja, normalerweise wird die Wiederholungsgefahr durch die erste Rechtsverletzung indiziert, aber der, ja, die Person, die das hier verletzt hat, hat eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben und somit wird hier die Wiederholungsgefahr, ja, widerlegt. Okay, so müsst ihr das ungefähr in der Klausur schreiben, somit besteht dann nicht der Unterlassungsanspruch, weil nicht alle Voraussetzungen gegeben sind. Genau, hier seht ihr nochmal den Aufbau, falls ihr die Zulässigkeit der Klage prüfen müsst, aber das bespreche ich eher dann in meiner ZPO-Reihe. Worauf ich aber noch eingehen möchte, ist die Zuständigkeit des Gerichts. Bei der Zuständigkeit des Gerichts gibt es nämlich einmal den 14 Absatz 1 UWG, der sagt, für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein Anspruch aufgrund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, sind die Landgerichte ausschließlich zuständig. Also die sachliche Zuständigkeit liegt bei den Landgerichten okay. Wichtig ist aber die örtliche Zuständigkeit. Und die örtliche Zuständigkeit ist in Absatz 2 geregelt. Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein Anspruch aufgrund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Punkt. Außerdem ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Zuwiderhandlung begangen wurde. Und dieser Satz 2, der erlaubt nämlich den sogenannten fliegenden Gerichtsstand. Und dieser fliegende Gerichtsstand, der besagt das folgende. Wenn wir zum Beispiel eine bundesweite Zeitungsanzeige nehmen, sagen wir, der macht eine vergleichende Werbung in der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung gibt es sowohl in Hamburg, als auch in München, als auch in Leipzig. Und die gibt es natürlich überall in Deutschland. Und dann sagt der Satz 2, ja, jetzt sind alle Gerichte in Deutschland, ja, alle Landgerichte in Deutschland zuständig, beziehungsweise genauer formuliert, alle Gerichte, wo in dessen Bezirk die Zuwiderhandlung begangen wurde. Und das sind dann überall Gerichte in Deutschland. Und dann haben wir nämlich den Fall, dass der Kläger nach 35 ZPO die Wahl hat, vor welchem Gericht er klagt. Also er kann dann bei diesem Frankfurter Allgemeine Zeitung Fall, kann er sowohl in München, als auch in Düsseldorf, als auch in Hamburg, als auch in, keine Ahnung, Jena Klage erheben. Er hat das Wahlrecht. Und das ist der fliegende Gerichtsstand nach 14 Absatz 2 Satz 2 UWG. Wichtig ist mir hier aber noch, dass ihr nicht beim Satz 2 stehen bleibt, sondern ihr lest auch noch den Satz 3. Satz 2 gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten wegen Zuwiderhandlungen im elektronischen Geschäftsverkehr oder in digitalen Diensten nach diesem Digitale-Dienste-Gesetz. Oder Rechtsstreitigkeiten, ja, zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs berechtigten Geltend gemacht werden. Es sei denn, der Beklagte hat im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand. Also hier ist nochmal eine Rückausnahme der Rückausnahme statuiert. Hier müsst ihr einfach nur lesen. Und ja, genau. Perfekt. Das war's dann. Ah ne, ich wollte noch ganz kurz auf den 141-Markengesetz zu sprechen kommen, weil jetzt in meinem Beispielfall haben wir ja auch möglicherweise eine Markenverletzung. Und da sagt dann der 141-Markengesetz, Ansprüche, welche die in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse betreffen und auf Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb gegründet werden, brauchen nicht im Gerichtsstand von 14 UWG geltend gemacht zu werden. Also wenn auch noch markenrechtliche Ansprüche in Betracht kommen, dann sagt das Markengesetz, nee, 14 UWG gilt nicht, dann gilt die Zuständigkeit nach dem Markengesetz. Perfekt. Das war's von dem heutigen kurzen Video. Ihr könnt den Kanal natürlich gerne abonnieren und ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.